Ein blöder Aussetzer von der Rakete. So, da drauf bitte. So, hier drauf, hier drauf. So, hier drauf. Hä, bist du... Ich hab doch draufgedrückt, oder ist ja nur dieser Druckstark mit in der Decke... In der, äh, im Weg, meine ich. Das ist blöd. So, hier drauf, hier drauf. Okay, das darf ich nicht leicht. Ich kann das dafür schaffen. Okay, wir schaffen's. Und jetzt hier... Da... 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 Hält er sich da eben nicht fest. Was ist denn das? Warum funktioniert die da dann nicht? Wahrscheinlich, weil wir das schon... Ah, das könnte sein, weil wir vielleicht hier erst... auf dem Boden stehen, manchmal. So, da drauf, da drauf, da drauf, da drauf, Rakete. Und nicht schaffen. So, ich mach gleich in 10 Minuten Aufnahmepause. Also, dann nehme ich vielleicht später nochmal neu auf. Also, nochmal. Verschaffen wir's dann, fertig zu spielen. So. So, jump. Und dann hier drauf. Ganz knapp, genau, genau, genau. So. 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 Rakete. Start drauf, bitte. Jetzt einfach nur da rüber. Einfach nur da rüber. Okay, dann brauche ich das denn mal. Okay, natürlich. Das ist ja auch nicht mehr da. So. Nicht anders, sondern einfach so. Ich verstehe den Weg hier einfach überhaupt nicht. Wenn wir hier lang kommen, bin ich hier auch gut. Guck, wir kommen von da. Das muss jetzt... Wir kommen von da, meine ich doch. Komm über von da. Ich hoffe doch mal, das ist echt doof. Ich glaube, wir kommen von da. Ich hoffe doch mal. Komm, wir wirklich von da. Wir kommen von da. Aber man, so weit wie noch nie. Also doch eigentlich schon. Einmal haben wir es, glaube ich, so weit geschafft. Und dann kommen wir wieder durcheinander. Aber ich glaube, ich weiß jetzt echt, wie es einfach geht. Einfach. Anfang, sag ich. Und Rakete. Und da hoch, drauf. Irgendwie. So. So, jetzt hier drauf. Und dann hier mal kurz lassen. Dann halt nicht. Versuchen, wie da geht drauf. Was zu retten. Also, ich da. 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 Komm ich da drauf? Komm ich da drauf? Komm ich da drauf? Komm ich da drauf? Komm ich nicht. Ich hätte es einfach selbst machen sollen. Also, nicht da drauf stellen, sondern einfach weiter gehen. Ich weiß nicht, ob das noch geklappt hätte, weil ich nur noch einen Balken her hatte. Von dem hier. So. So. Da. Okay. Das ist mal nicht so. Wir hängen uns hier einfach gleich dran. Super. Nein. Ach, Mann. Das kann nicht wahr sein. Ach. Jetzt versuche ich hier wahrscheinlich zwei Folgen die ganze Zeit hier rüber zu kommen. Und schaffe es wahrscheinlich die ganze Zeit auch nicht. Ja, super. Hoffentlich guckt sich überhaupt jemand an. Wenn nicht, dann nicht. So. Da drauf. Da drauf. Okay. So. So. So zu retten. Und jetzt waren wir schon mal, gell? Achso, ja stimmt. Wir waren ja doch schon mal. Und jetzt darüber irgendwie. Versuchen wir das auch noch. Ich war noch da. Hört sich das Ding nicht auf? Wie ist das still sein? Hey, guck mal hier. Ihr hört es doch. Aber er zeigt doch drauf. Und er lässt sich nicht auf. So doof. Ich glaube, bin ich echt falsch irgendwie. So langsam, ne? Da haben wir jetzt keine Lust mehr. Und hier die ganze Zeit hin und her zu springen. So. Komm. 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 So. So. Jetzt hier weiter. Im Text. Da drauf. Da drauf. Aufladen. Da drauf. Komm. 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 Das war ja schon mal ein richtiger Schuss in die Hose. Schuss in die Hose. Schuss in den Ofen mein ich. Ich weiß nicht wie gut ich hier war. Ich denke, ich hätte das auch ohne Rakete regeln können. Ja, hätte ich auch. So, da drauf. Hier aufladen. Rakete vielleicht. Weil es nicht anders geht. Kann ich sein. Eigentlich brauche ich keine Rakete. Soll ich mich einfach mal runtergehen? Was ist denn das da unten? Weiß nicht. Guck ich jetzt gleich. Wenn ich hier wahrscheinlich wieder runterfallen möchte. Halt ich doch noch fest. Ich verstehe, warum er sich da nicht festhält. Hier, das Ding mal. Was ist da? Keine Ahnung, was das da ist. Komm ich da vielleicht irgendwie mit dem Ding hin? Anscheinend nicht. Super. Habe ich die Rakete schön versammelt. Da drauf. Da drauf. Wie sieht es aus? Kann man auch hier? Hier lang. Hier lang. Finde ich natürlich besser. Ich weiß nicht, wie es jetzt hier damit aussieht. Ich stecke mal den Stein. Wir nutzen. Strich durch die Rechnung machen. So. Hier drauf. Hier drauf. So. Da drauf. Hier drauf. Da drauf. Jump. da, und da, und dann hier runter, so, hier, und dann irgendwie da hin, äh, Speicherpunkt, das Ding kann ich noch mitnehmen, wo ist der Speicherpunkt, ich weiß es nicht, ich weiß, dass es da das Ding ist, und ich keine Ahnung, wo ich lang gehen soll, und ich schaffe es auch gar nicht, ich hoffe, ich schaffe es noch, weil ich einen verbraten habe, komm, na, da geht habe ich natürlich auch nicht mehr, ich würde sagen, wir gucken uns das in der nächsten Aufnahme, für mich mache ich dir heute nochmal nochmal an, danke fürs Zusehen, dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme, bis dann, ciao.